Hi Leute! Heute geht es um den nächsten Potluck im September. Und zwar haben schon viele gefragt gehabt beim letzten Potluck, ob nochmal dieses Jahr ein Potluck stattfindet, ein Rohkosttreffen und deswegen wollte ich noch eins machen. Ja, und ich wollte das Ganze Mitte September machen. Am 16. September ist in Leipzig wieder der Potluck. Entweder wollte ich es am gleichen Wochenende machen und dann kann man sich auch zusammentun und dann noch nach Leipzig fahren. Oder ich mache es eventuell am Wochenende vorher. Muss ich dann mal schauen. Genau, das wäre ja ansonsten schon übernächstes Wochenende praktisch. Und ich wollte es auch gleichzeitig dann nutzen, das Treffen, um alle Leute, die jetzt bei der zweiten Runde und allgemein im Happy Life Kurs dabei sind, egal für wen, jeder kann ja kommen. Genau, wer es auch nicht mitbekommen hat mit dem Happy Life Kurs, ich verlinke es nochmal unten drunter. Der startet jetzt am Montag mit einer gemeinsamen Runde. Die ganzen Infos, die stehen auf der Kursseite. Genau, also wenn euch das interessiert, schaut da vorbei. Da geht es um Meditation, Rohkost, Ernährung in den Alltag zu integrieren. Genau. Und die Anmeldung läuft nur noch heute und morgen. Jo, aber ansonsten kommentiert mal unten drunter, wann es euch besser passen würde. Das Wochenende vorm 16.09. oder am 16.09. Da würde ich es dann einen Tag vorher machen. 16.09. ist der Samstag in Leipzig. Und da reist jeder, wie gesagt, auch herzlich eingeladen. Und man kann sich ja dann eben auch in Fahrgemeinschaften zusammentun, eventuell, falls das am gleichen Wochenende wäre. Dann würde ich es nämlich am 15. machen, an dem Freitag davor einfach. Und dann könnte man morgens nach Leipzig fahren. Genau. Ansonsten würde ich mich freuen, euch da zu sehen. Und das war's auch schon. Macht's gut, Leute. Ciao.